. Okay, now it's a good position for server 100.5 meter here. Okay. Okay, good morning, Mr. Park. Yes, I'm going to serve it. After we finish, we change course, yes. We're going to come around to 140. 140. Через левый же пор поворачиваем. Следующий сестер. Мы сейчас нарушили. У нас справа пусть. Значит через левый может поворачивать. И меняют пусть, когда мы его сдаем. Что это? Давай говорили. Сейчас на норме. Потом это не сдадает. Да. Ja. Das ist 300. Ja. Ok. Kurs 0-0-0. Ja. Wir gehen in die Richtung, und wir gehen in die Richtung. Durch die Kursseite, ja? Ja, durch die Richtung. Kursseite? Ja, ja, ja. Ja, ich hole mich aus. Ich hole mich aus. B***h, was er in den Zamban? B***h! Stop, machina! Stop! Stop, machina! B***h, du kichai! B***h, du kichai! B****, du kichai! B***h, du kichai! B***h! Beuh, trevokou! Trevokou! Schluchzen! Es kommt nicht auf eine Reihe! Schluchzen, schluchzen auf push! Schluchzen, ruf! Wir sind auf eine Reihe, wir sind auf die Reihe. Ich bin jetzt mit der Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit Motor vessel Motor vessel Man overboard Man overboard PILOT BOAT COLUMBIA PILOT BOAT COLUMBIA PASIMONIA PILOT BOAT COLUMBIA, CHANNEL 13 Motor vessel Motor vessel Man overboard, man overboard Pilot boat COLUMBIA, CHANNEL 16 PILOT BOAT COLUMBIA, CHANNEL 16 PILOT BOAT COLUMBIA Pilot boat COLUMBIA Pilot boat COLUMBIA, CHANNEL 16 Pilot boat, pilot boat Just boat on boat, boat on boat overboard Man overboard We stop our engine and turn to the opposite court We are coming to your position now captain Do you have the man in sight? Pilot boat, pilot boat COLUMBIA, CHANNEL 13 CHANNEL 15, 1-5 Captain, do you have the man in sight? Channel 1-5, yeah 1-5, captain 1-5 1-5 Channel 1-5, channel 1-5 online Pilot boat I don't know I don't know We have a فيperation We have a part of the unit We have a nest We have a nosed One day We have a nest Das ist Pilot von Columbia, Channel 1-5. Yes, I'm alive. Captain, please go back to Channel 1. Channel 1-3. Channel 1-3. Yes, Captain, do you have the man in sight? Say again, please. Do you see the man in the water? Do you have sight? No, we cannot see the man in the water. Just... We cannot see him. Okay, understood. Is he wearing a life jacket? Is the man wearing a life jacket? He was not wearing a life jacket. He was not wearing a life jacket. Okay, roger that, Captain. What position is the man from you when he went overboard? Do you have a latitude and longitude? Just a half mile from our stern. Half mile from our stern. Coast Guard Cape, half mile from your stern. Roger that, Captain. Pilot boat, Columbia, Channel 1-6. Pilot boat, Columbia. This is Coast Guard Sector, Columbia River. Go ahead over. This is the pilot boat, Columbia. We are in the vicinity of the CR buoy. The vessel has a man overboard. The outbound vessel has a man overboard, not wearing a life jacket. We are about a half mile from the vessel at this time looking for the man. Over. Yes, it's correct. One man overboard without a life jacket. Pilot boat, Columbia. This is Coast Guard Sector, Columbia River. Roger, good copy. Request an updated position, correction, Latin long, for the man overboard. Over. No. 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 Forty-six-twelve-decimal-seven-four. One-two-four-zero-eight-decimal-six-three. Roger, good copy. Pon-pon, pon-pon, pon-pon. Hello, all stations. This is United States Coast Guard Sector, Columbia River. Columbia. Reply, go ahead, please. Time, zero-zero-five-one-local. Captain, what speed are you making now? Uh, now, uh, just we're on the stoppage, uh, and, uh, nearly two knots. Nearly two knots. Have you changed course? Have you changed course since the man went in the water? Uh, just, uh, we have, uh, now, helm, um, have to stop it, and, uh, we are, we are stopping. Any best? Yes, Captain, but have you, have you altered your course? Have you altered course since the man went in the water? Oscar Sector, Columbia River, out. Captain, what course are you? Uh, we altered course just, uh, to, uh, uh, our course was, um, uh, just, uh, zero-zero-zero, to the north. Our course was to the north. When, uh, men fall to the, uh, to the water. And, uh, uh, we stopped our engine and, uh, start, um, uh, start to, uh, uh, um, alter course to starboard. Okay, Captain, we're gonna come to your vessel and then proceed on a 1-8-0 course, on a reciprocal course. Um, uh, was there any water lights or anything like that put in the water? Are there any life rings or, or markings? It was very, very quick. He, uh, fell to the water and, uh, just after, uh, half minute, uh, uh, we are informed that he fell to the water. It means, um, uh, it's not any, not any lines and not any, uh, uh, nothing. It was, uh, nothing. Understood, Captain. Pilot boat, Columbia. Pilot boat, Columbia. Pilot boat, Columbia. This is Kodos Guard Sector, Columbia River, on Channel 16, over. Columbia River, the, Columbia, go ahead. Roger, request if you have the Osteen weather open. Yeah, the winds, uh, at this time is, is from the north-northwest, you're probably 10 knots, and you have a west-southwest swell of probably, uh, 10 feet, maybe occasionally 12, somewhere in that neighborhood. Roger, good copy, we're standing by on Channel 16, next route. Roger, and, uh, the ship did not get, uh, man was not wearing a life jacket, and they did not get any lights overboard. Roger, good copy, also request, uh, visibility in this time. Visibility in this time is unlimited. So, you can start with an airplane. Hello, guys. I wanted to discuss this video. The main mistake was, in fact, a few mistakes, which were made by this captain. One, the main mistake is, of course, for each other. The first and foremost is, of course, the lack of maneuver, and the death of the person. The first is, of course, the absence of maneuver and the side of the man. Let's begin with the beginning, what is happening. Dann haben wir einen Lossmann gesagt, dass wir 140 km laufen können, dann alles gut, dann haben wir einen Lossmann auf 140 km. Lossmann der Lossmanns-Katere erneut, der Kapitän macht den Matros-Katere, oder da war ein Sturmann, das ist nicht sicher, wie es passiert. Es gibt auch Sturmanns-Katere. Und die Lossmanns-Katere sind auf 0 Gradus, und in diesem Moment, in diesem Moment, in diesem Moment, Der ist ein schweres Anwalt, wenn man auf den Wegkriegsgericht ist, wenn man auf den Wegkriegsgericht nimmt. Es ist ein schweres Anwalt, wenn man auf den Wegkriegsgericht wird. Das ist ein sehr schweres Anwalt. Man kann auch wenn man in diesem Moment nicht mehr halten will. Viele Menschen, wenn man hier mit diesem Anwalt verabschiedt, wenn man in dieser Anwalt verabschiedt, dann wird man auf die Worte verabschiedet. Er hat sich nicht festgestellt, weil er nicht festgestellt hat, weil er nicht festgestellt hat, sondern er hat sich nicht festgestellt. Und er hat sich nicht festgestellt. Er hat sich nicht festgestellt, dass er in die Linke aufgerichtet ist. Weil er hat sich nicht festgestellt. Aber in jedem Fall, der Fall sollte man sich selbstverständlich machen. Das heißt, wie es sollte sein, wie es sollte sein. Oder Single Turn, das ist, was es zu ändern. Für den Kapitannus war es auf 270 Grad. Als Anfang der Kapitannus war es auf 20 Grad. Das heißt, es geht auf 270 Grad. Das heißt, es geht auf 2,5 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 Grad. Das heißt, es wird es er interessant für den Kapitannus. Das heißt, es gibt einen Platz. Es kommt einmal auf 1,8 Grad. Daher hat개hen sich mehr um die Spur schäuert. Es geht auf 3,5 Grad. Und es geht auf 3,5 Grad. Das wäre, was auch nicht gut. Es geht dadurch um die Schuhmacht zu entwickeln. Daher geht super mit7 Grad. Es geht auf 1,5 Grad. Manövr nicht nach wie aus dem Botsmann und nicht nachdem, wo Botsmann hat nicht aufgewacht. Der Botsmann ist nicht geschlossen. Botsmann hat keine Ausgürmelung. Der Botsmann hat nicht gerecht. Das für ihn zu spriten der Botsmann-Kantere. Es passiert nämlich bei einer Botsmann-Kantere. Und natürlich, bei der Trilogie Leute sollten biegelt, Ich denke, wenn die Kampagne nicht trainiert, dann müssen sie das machen. Die Kampagne muss nicht бол sein. Der Hauptsache ist, dass man auf die Kampagne ist. Das ist die Hauptsache, dass man auf die Kampagne ist. Das ist die Hauptsache. Dann beginnt er zu kreieren. Nachdem er noch mit Lossmann gesprochen hat, Die Säge sind die und die Säge sagen, dass man sich über die Sicherheit sagt. Das ist die Sicherheit. Die Sicherheit informiert. Wenn man sich das Säge aufsteht, dann kann man sich über die Sicherheit nicht aufregeln. Hier ist es eine Säge, wenn man sich über die Zeit umgekehrt hat, dann muss man dann sein. Die Zeit umgekehrt werden. Alles das Zeit für die Nenugierungen. Lossmanns-Katier hat bereits überlegt. Es geht nicht mit dem Lossmanns-Katier zu sprechen. Meine Aufgabe ist es nach dem Lossmanns-Katier zu gehen. Aber er hat sich, dass der Lossmanns-Katier sehr schreckt. Der Lossmanns-Katier hat, wie bei mir, vielleicht sogar mit dem Lossmanns-Katier zu sprechen. Aber er nervigert natürlich. Hier gibt es noch nicht so viel. Die Lossmanns-Katier hat bereits überlegt. Wenn Lossmanns-Katier, wie bei einem anderen Kanal einst, wo man sich ein Kanal aus dem Lossmanns-Katier braucht. Wenn eine solche Situation ist, kommt eben nicht und wir im Lossmanns-Katier habe. Das ist ja so, wie war es denn? Sobald sprechen Sie sich überlegt, wenn sie überlegen Sie? Aber der Lossmanns-Katier schrieben wurde. Zum Schluss, was ihr löscht? As Siedler nicht entlang aus dem Lossmanns-Katier verscheidt. Lossmanns-Katier hat über die Lossmanns-Katier. Aber ich werde mich nicht mehr überrascht, weil es in diesem Video ist, dass ich mich nicht mehr überrascht habe. Es ist so eine Situation, aber natürlich ist es natürlich sehr gut. Hier sind die SINGLE TURN oder WILLISON TURN. Es gibt noch einen besseren. Das ist, wenn wir an 20 Grad Celsius sind. Dann muss manövriert in die Richtung des Menschen. Er ist die Kurs von 60 auf die Kurs. Das ist dann schon mal auf 80. Dann rull direkt und dann wieder auf der Kurs auf die Kurs. Und dann wieder nach den Kurs. Das ist also eine Art Kurs. Es muss schnell auf die Kurs erneut werden. Es muss immer auf die Kurs gehen. Neut die Kurs sind auf 20 oder 200. Das ist nicht so schwierig. Man muss das schnell schnell machen. Wenn man 220 ist, dann ist es auf 220. Dann gehen wir auf 200. Und dann kommen wir in der Fall von Baden-Botsmann. 3. Scharnow Turn Das ist, wenn man ein Missing Situation ist. Wenn man nicht mehr findet. Es gibt drei Stunden, fünf Stunden, also fünf Stunden, also fünf Stunden, das ist eine große Zeit, also auf den Scharnow-Tern gehen. Es ist nicht wichtig, auf welche Richtung gehen. Es ist nicht wichtig, auf welche Richtung gehen. Es ist schon lange genug. Wir gehen auf den Scharnow-Tern. Wir gehen auf den Scharnow-Tern. Und wieder auf den Weg und auf den Weg und auf den Weg. Und wieder nach dem Weg. Geht auf den Weg. Dann flach auf den Weg. Und dann geht's um jemanden. Ich denke, dass alles besser wird. Wenn man mit den Englischem etwas überfällt, ist, dann muss man sich einfach überlegen. und was für die Veränderungen gemacht wurden. Keine Angst, Leute. Das ist eine gefährliche Sache. Das ist auch so, wie ich Ihnen sage. 100% Menschen, die sich in dieser Situation, 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 wird die Probleme. Поэтому machen Sie so, damit die Nerven sind, wie die anderen Strunnen. Vielen Dank für's Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare. Vielen Dank.